hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen folge vom landwirtschaftssimulator 19 hier von der altkirch im elsaß wir wollen heute hier mal kartoffeln ansehen auf der 109 ja quatsch auf der 100 auf der 100 so speichern feld 100 saad 15 meter so Ach, die blöde Anzeige hier. So, dann brauchen wir ja noch einen Auftankkurs. So, da ist das Gespann, ein Glas-Sackel-Trick. So, erhöhen wir mal gleich hier die Geschwindigkeit. Windig. Ei. Okay. 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 So, hat er mitbekommen. Hier ist Lea. Fährt wieder zurück zum Feld. Ach, Quatsch. Zum Hof, zum Auftanken. Okay. 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 So, we head right down. Damit wir nicht so oft hier und her fahren müssen. So, pass alle an Schümmerlöhren. Und in den anderen Tank kommt der Dünger. 21.750 Liter Kartoffeln haben wir drin. Und 6.725 Liter Dünger. Untertitelung des ZDF, 2020 Bin ich ja mal gespannt, wo er jetzt anfangen tut. Ob er da anfangen tut, wo er eigentlich auch gehört hat. Am Anfang. Und nicht einfach zwischendurch anfängt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und last. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hoffentlich macht er nicht solche Metzchen noch mal. Denn das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist ja nicht Sinn. 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 Das ist ja nicht Sinn Sinn. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Funktioniert. Hier haben wir ja vorher mit, wie heißt das, mit Mist gedüngt, also mit organischen Düngern. Hier sind wir ja vorher mit, wie heißt das, mit Mist gedüngt. So lassen wir den mal hier arbeiten. Und gucken mal zu unseren Tieren. Sauberkeit. So gut wie gar nicht vorhanden. Gucken wir mal wo unser... Da ist er. Machen wir nicht nur Mozole. So. 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 Das war ein Satz mit X. 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 Und bis zum nächsten Mal.